Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Runde von World of Tanks. Ich bin der Nossi und bin mal langsam mit meinem KV-1S, dem T6 Heavy der Russen, auf Live Oaks im Standardgefecht. Gottes Willen, das gab ja gerade einen Knoten in der Zunge. Los geht's! Nein, das werden wir nicht rausschneiden. Alles live und in Farbe. Und wer will auch in HD und bunt. Jo, genau, wer Brisco noch kennt. Hm, jo. So, als Top-Tier fahren wir mal mit in die Stadt drinnen. Ich hoffe, es fährt irgendwas überhaupt nach links. Der M4, AT8, der andere KV-1S bewegt sich da auch hin. Gut, das könnte klappen soweit. Mannschaft ist... Ich weiß gar nicht, wie weit die ist. Einen sechsten Sinn hat sie mal nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. Oder auf jeden Fall, wenn die Debrickette gleich schreit. Oh Gott, hat der einen Wendekreis. Na, der geht stiften. Mhm. Wenn der nicht eingezoomt ist, wird er mit dem KV-1S nicht so mit zielen und so. So, getroffen haben wir schon mal. So, hier darf ich mich jetzt erstmal nicht mehr blicken lassen. Oh, das ist gut. Die Art, die... Die stand ja bescheuert. Naja. Gut, solche Leute muss auch gehen. Oh, Kinder. Es ist nun nicht alle Mann auf dem Hügel. Uiuiuiui. Na, das kann ja wieder was werden. So, AT-2. Kannst was aufspotten. AT-8. Ruf da nicht durch. Abprallern, na, das geht ja schon wieder gut los. So, wir brauchen ja so ein bisschen zum Einzuhören, ne? So. So, wir brauchen mal gucken. Das ist schön. Die campen da immer noch alle schön auf dem Hügel. Da hinten kommt... Oh, der M4. Komm, zoome das Ding ein. Der ist abgeprallt, Alter. Das ist doch echt ein Witz, ey. Freunde der Sonne. Meine Herren, du. Also, da kann... Bei sowas kann es ja echt immer irre werden. Ja, komm, der schießt nicht mit HE. Machen wir weg. So, da hinten ist noch ein AT-2. Uiuiuiuiui. Naja, das Ding sollten wir gewonnen haben. 11 zu 3. Aber diese Abpraller eben, das war auch wieder... Mein Gott, da kannst du wieder... Da kannst du fuchsig bei werden. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Oh, Magnet-Munition. Das ist auch immer geil, wie die Dinger runterfallen, ey. Aber der schießt... Entweder verreißt der völlig... Oder, ähm... Der hat mir wirklich auf die Ketten geschossen. Das soll ja alles nicht unmöglich sein. Ei, ei, ei. Ich weiß nicht, wie sieben. Und... Das... Den Rest macht man dann im RAM-Manöver kaputt. Das ist das Tolle mit dem KV-1-S. Erstmal, die Gun ist total geil. Na, krieg ich den noch? Oh, den haben wir weggenommen. Aber 14-3. Ach, ein Hetzer lebt noch irgendwo. Ich weiß nicht wo, aber... Naja, egal. Ja, wenn der mal nicht unten... Auf G0 da am Wasser hinten drin gesessen hat. Da kann man sich ja auch ganz gut verstecken. Boah, dieser Abpraller eben regt niemand auf. Das ist auch geil, ey. Also, es ist wie beim Fußball irgendwie. Man steht vor einem leeren Tor, er dreht schon jubelnd ab und hämmert das Ding mit voller Wonne gegen den Pfosten. Naja, stimmt. Oder der hängt da unten irgendwo drin. Naja. Ich bleib mal hier drin stehen. Bevor ich den irgendwie kriege, haben die den sowieso schon 20 Mal abgeknallt. Ah, da ist er. Naja. Wollt er schwimmen gehen. Naja, aber ansonsten endlich mal wieder eine vernünftige Runde gewesen. 5 zu 3 Mal gewonnen. Aber es war nicht ganz so langweilig. Also, dadurch, dass in der Stadt nicht so viel Hilfe war, war es ja auch relativ... nicht ganz so einfach halt. Aber, naja, wir haben Glück gehabt, dass die auch nicht so viele Leute in der Stadt waren. Die waren ja auch nur zu zweit oder zu dritt. Ja, man sieht, nee, ausgebaut ist. Da noch nicht 100er Mannschaft ist drin, aber die sind halt noch mitten im Leveln. Sechster Sinn. Wie gesagt, ich nehme ihn immer mit rein, weil ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich weiß, ob ich gespottet bin. Die ruhige Hand finde ich auch immer gut. Mitfahren wie auf Schienen, die Weitsicht. Und hier ist die sichere Ladung drin. Genau. Ansonsten an Modulen kann man auch noch mal kurz zu kommen. Es ist Scherenfernrohr, wegen Weitergucken. Dann der verbesserte Waffenrichtantrieb für 10% schnellere Zielerfassung. Und der Ansetzer. Genau. So, ist das zweite Gefecht gewesen. Vorhin war ich noch einmal mit dem AMX, das wurde irgendwie nix. Aber hier, man sieht, 40.000 Credits. So, 2.000 Schaden. Platz 1. Das nenne ich mal so Leistungsbereich, wie jemand anders sagen würde. Damit kann man auf jeden Fall leben. So, kommen wir zur Einzelanalyse hier. 10 Schüsse abgegeben. 8 Direkttreffer, 6 Wirkungstreffer, 2.000 Schaden, wie eben schon gesagt. 3 Treffer erhalten. Davon 3 Wirkungstreffer, 1 Flächenschaden, 670 potenziell erhaltender Schaden. Da waren ja auch die beiden Kettendinger mit bei. So, ein Gegner entdeckt, 4 beschädigt, 3 zerstört. So muss das sein. Bisschen Aufklärung. Bisschen Gefahren sind wir auch. Und von den 40.000 sind 28.000 übergeblieben. Mit Premium. So, kommen wir zu den Erfahrungspunkten. 5.396 mit Premium mal 2 macht gleich 2.792. Alleine wären es 1.861 oder 931 ohne Premium gewesen. Gefechtsdauer, 6 Minuten. Jo. Genau. Im KV1S. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Und ich hoffe mal, ich kriege noch eine Runde 2 hin, weil das ist echt die letzten Tage wirklich mittlere Katastrophe. Bis dahin erstmal danke fürs Zuschauen und bis gleich. Ciao. So, da geht es dann weiter mit der zweiten Runde im KV1S. Diesmal im Heiligen Tal im Standardgefecht. T8 ist top tier. Eine Artie mit dabei. Wir haben zwei Siebener mehr, wenn ich das richtig sehe. Und, ja, gucken wir mal, obwohl die Sechser hier irgendwie auch wieder über sind. Aber egal. Ich glaube, ich fahre mal mit hoch und gucke mir die ganze Schoße von oben mal an. Obwohl die... Oder fahren die alle hoch? Dum 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 dum. Das fährt ja keiner in Ordnung. Eieieieieiei. So, okay. Dann begibt Nossi sich mal kurz auf ein Himmelfahrtskommando. Eieieieieieieieiei. Naja, mal gucken. Vielleicht kann ich die da oben wenigstens mal aufhalten. Wenigstens so ein bisschen, paar Minuten. Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass das nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Und diese Runde ziemlich schnell für mich beendet ist. Aber gucken wir mal. Wenigstens kommt der T34, KV5 kommt noch mit. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin noch nicht gespottet. Das ist schon mal gut. Ich muss ja irgendwie nur vorne an die Kante ran, um zu gucken. Wenigstens, dass ich hier oben so ein bisschen gucken kann, dass keiner kommt. Okay, und möglichst nicht den ganzen Innenhof mitnehmen. Irgendwann schießt schon. Okay, ich warte erst mal. Hier schlagen mir gerade schon zu viele Dinger ein. Ach Gott, da ist ja schon... Das ist ja auch geil gar nicht mitgeschnitten, den kleinen Scheißer. Lass mich bloß in Ruhe. Wirkungstreffer. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Du dreckiger... Boah, ey, dieser Kanonen-Bug, der bringt mich echt noch ins Graf. Oh, dass dieses Ding immer hochschlägt. Also bei mir ist es immer so, ich brauche dann immer locker eine Sekunde ungefähr, um mich wieder zu orientieren. Also ich verliere da immer voll den Überblick bei. Aber, naja, gut. Wenigstens lebe ich noch. Das ist ja schon mal von Vorteil gesetzt. Ja, die anderen haben aber auch die meisten da unten. T5, 150. Jagdpanther, IS-2 ist noch nicht aufgespottet. KV-1, da ist T-34. Boah, zoomen da Ding ein. Carl Egon, ey. Da trifft man schon mal da, wo man treffen will, aber egal. Das muss wehtun. Das ist immer noch gerade eingesoomt. Oh, dann bläst es den ab, ey. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Man muss ja auch mal ein bisschen Effizienz haben. Äh. Oh, was ne Gangi-Preschen. Der ging nicht durch. Hm. Gut. Der steht zu angewinkelt, denn das wird, glaube ich, nichts, wenn ich den von der Seite kriege. Oh, jetzt. Ah, ist der Scheiß dahinter gefahren. Schade eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie ich aufgespottet bin hier oben. Keine Ahnung. Ich mein, gut, das ist jetzt echt Campen hier, aber ich mein, gut, ich bin nicht Top-Tier und muss nicht irgendwie da oben mit rumkajolen. Das ist nicht meine Aufgabe. Und dann darf man auch mal ein bisschen mitsnipen. Ne? So ne. KV-1-S. Geborener Sniper. Naja, ich sag mal, seit dem, ähm, seit dem Waffen-Patch, der gekommen ist, das ist ja auch, ähm, haben sie das Spiel ja auch so ein bisschen meiner Ansicht nach verfuscht. Und, äh, weil, äh, du kannst mittlerweile mit Panzern snipen, du siehst KV-2 am anderen Ende in der Ecke stehen oder sowas halt, oder irgendwie mit der Trollgang oder sowas stehst du irgendwo, snipen kein Problem. Dann machst du jedem einen mitten in den Schädel. Und, ich, das ist auch wieder nicht im Sinn der Sache. Also, die haben, die sollten statt neuen Maps und hundert neuen Panzern, äh, sich vielleicht mal ein bisschen aufs Wesentliche beschränken. Und mal gucken, dass sie irgendwie so ein paar Bugs rauskriegen und vor allem dieses Spotting-System mal wieder hinkriegen, weil das haben sie ja total in Aktion. Arsch gemacht. Das ist ja wirklich, also, das Spotting-System ist völlig hin. Also, man steht wirklich auf der freien Pläne und wird nicht aufgespottet halt und steht hinter fünf Büschen, ist auf Tarnung geskillt, hat ein Tarnnetz und, äh, der Erste, der hundert Meter weg steht, sieht einen. Und das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Und ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil es das Spiel halt wirklich kaputt macht. So muss das sein. Achter Gefecht, drei Kills, keinen Schaden gemacht, Ast rein. Was will man mehr? Naja, so kann man halt auch mit dem KV-1S spielen. Aber, naja, ein paar Punkte gab's dann da auch. Wo steh ich denn über? Och Gott. Naja. Also, gesichertes Mittelfeld vom Schaden her oder ein bisschen weiter unten, aber im Achtergefecht darf ich das auch. Drei Kills, 822 Erfahrungen, das ist in Ordnung. Und, jo, neun Schüsse abgegeben, acht Direkttreffer, sechs Wirkungstreffer. Naja, den T34 hätte ich noch haben können, aber, naja, Pech. Treffer erhalten vier. Das war halt von dem kleinen AMX 1375, den ich nicht gesehen habe, oder 1390 oder was das da war. Zwei Wirkungstreffer davon, zwei nicht durchschlagen. Ich glaube, einer ging auf die Ketten oder irgendwas halt, aber nur einer hatte Schaden gemacht. Das war also okay. Bisschen durch die Gegend gegondelt mit 1,56 Kilometern. Rausgekommen sind 26.919 Credits. Davon übergeblieben 16.935. Macht eine Erfahrungssumme mit Premium von 1.233 und ohne Premium von 822. So, jo, Team-Auswertung wieder, dritter Platz im 8er-Gefecht ist in Ordnung. Und, jo, hier in der Übersicht. So, wir können noch einmal kurz gucken. Also, drin hat die Büchse einen Ansetzer, den Waffenrichtantrieb und das Scherenfernrohr, weil der eh blind ist wie die Nacht, dass man wenigstens mal so ein bisschen was sieht. Und, ja, ist halt noch nicht ausgebaut, also 12% fehlen noch, halt gerade für den sechsten Sinn. Da muss man ein bisschen Hackengas geben. Und, jo, bin jetzt bei 40.000 Erfahrungspunkten. Also, man sieht, komplett ausgebaut ist er, inklusive Top Gun. Ich weiß noch nicht genau, ob ich den Weg zum KV-13 oder die IS gehen werde, aber ich denke mal, ich werde den KV-1S sowieso öfters ein bisschen spielen und werde dann halt auch ein paar Panzer mal mitnehmen, also auch den MT-25 mal ausprobieren. Und so als kleinen Flitzer halt mal sehen, wie der ist halt. Und auch die Medium-Reihe mit dem KV-13 halt, da ist ja Brucken so begeistert von. Wollen wir mal gucken, wie das Ding ist halt. Und auch die Heavy-Reihe mit dem IS. Die IS-3 interessiert mich halt, weil die halt auch eine ziemlich geile Gun hat und einen guten Preiwinkel, wenn man sie ein bisschen anwinkelt. Wollen wir einfach mal schauen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, hat leider ein bisschen gedauert halt, bis ich das hier hingekriegt habe. Man sieht es ja immer oben am Premium-Konto, wie viele Tage vergangen sind. Im Gegenzug zur ersten Runde halt. Und, jo, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und allen noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.